Was geht ab, Friends? AJF hier wie über einen Deutschrap. Gib mir ne Beat Cousin. Ah, aufgewachsenen in der Gegend zwischen nicht so schönen Rheinhäusern. Jeden Tag gehört, dass ich gehört zum armen Deutschland. Mir war's egal, ob viel Geld oder nicht. Denn ich lasse dafür keinen Cent der Welt meine Familie im Stich. Hallo. Rapper heute. Hallo. Hä? Geht's noch? Was geht's noch? Geht's noch? Lass mich doch rappen, ich bin Rapper von der Straße. Nein, bitte, geh mal rein. Was? Nee, ich diskutier nicht mehr von der Rappen. Rein jetzt. Wieso rein? Geh bitte rein. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab doch alle... Warum immer... Warum sollte ich jetzt reinkommen? Ja, weil das langsam lächerlich ist, was du tust. Was tue ich denn? Ja, armes Deutschland. Was für armes Deutschland? Ich würde einfach nur mal auf geht, Rapper machen. Ja, was denn armes Deutschland? Ich komm von der Straße, okay? Guck dich mal an, wo bist du denn arm? Ich komm von der Straße. Ja, was von der Straße? Du bist... Junge, sag mal. Geht's noch? Guck dir deine Wamper an, was für armes Deutschland? Das war teuer genug. Du hast ja mal alles weggefressen. Ich wollte meine Rapper-Karriere anfangen. Ja, die kannst du auch direkt wieder beenden, mein Freund. Lass mich doch einfach mal machen! Nein!